wie erreicht entführe das auto mit den daten fertig gut dann mache ich das noch mal schon damit fertig willst du mich verarschen guckst die mission an nee das mache ich nicht die habe ich schon fertig computer sagt okay weinst du es bist nein was weiß ich bin nicht was heißt das habe ich richtig aus was 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 hast du mit mir gemacht wir beide rennen am ufer entlang das habe ich mitbekommen du links ich rechts du rennst geradeaus und da ist genau ne scheißtreppe nach unten und ich lauf oben lang ernsthaft ich kann mir das gut vorstellen so ich überholen so wum misst voll die treppe da ah nice voll der fail miss fail ist wieder unterwegs oh gott ich sehe nichts vorhaut da drin ja situationskomik ist am besten ich bin jetzt nicht mehr nach rechts diesmal bist du diesmal läufst du mal links lang und ich soll rechts ohne scheiß auf einmal geht es nach unten ich dachte mir jetzt was ist denn jetzt los dachte mir hä was ist jetzt mit ihr los warum hat sie so einen spaß ich will auch was ist das für ein leuchtstrahl da oben ich habe mal was probiert ups sorry ja nachher zu ich schon okay ich bin ja weh ich dachte schon die aliens kommen wie bitte ich dachte die aliens kommen sehr fassen ficken willst mich verarschen so ganz locker angefangen plötzlich was denn jetzt los muss ich gerade sehr komisch für dich angehört haben so hitter tap 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 ha oh Mann oh mein Gott ich kann nicht mehr Has der Tun Ausgang Habte dich so extrem gehört? So ein Penner, ey. Wo ist er jetzt? Ja, ist klar. Jetzt! Und rein mit dir. Ist die Tastatur noch gar nicht? Nee, sie ist jetzt durchgebrochen. Ah, na siehste, da muss erstmal ne Frau ran, damit's klappt. Tap, 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 tap. Oh, ich... Ich kann nicht mehr spielen. Ich heule. Oh, was... Ja. 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 Und deswegen mag ich Push the Talk lieber. Aber ist schwierig. Das ist wieder also the best of all. Und dann nochmal aufschrei. Ja. Aber gut, die Idee ist erstmal speichern. Oh Gott, ich brauch schon eine frische Luft, ey. Ich muss mich grad ein bisschen hier. Oh Gott. Herrlich. Ich bin schon aufpassen. Dass du nicht noch in die Hose packst. Dann kann man sagen, dann hab ich's geschafft. Oh, ich seh nix mehr. Ich bin so... Oh. Hm.